Hallo, I'm Dieter Meyer from Yellow. Oh yeah! Am 18. März trete ich auf in der Volksbühne hier in Berlin mit meiner neuen Akustikband Out of Chaos. Ein neues Programm, neue Lieder, neue Geschichten. Is it a player with remote control? Don't forget 18. März, the Out of Chaos Band featuring Dieter Meyer. An senselessness yesterday's got nothing to say. Radio 1, nur für Erwachsene. Oh yeah!